Tja, als ich klein war, wollte ich wohl... Sänger werden. Ach, Quatsch! Sänger! Sing etwas! Ähm, nein! Na los, ich lach nicht! Das wird nichts! Joel? Komm Joel, sing was! Das will ich auch hören, wenn du was singst. Ich glaube, ich bin lustig. Oh man, wieso singst du nichts? Ähm, sind das Affen? Ja, eine ganze Harde. What the f... Fuck! Wieso Affen? What the f... Fucking hellring! ... 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 wo Feierfleis zum Beispiel die echten Feierfleis zum Beispiel Das ist aber irgendwie nicht gut, dass es jetzt mal so mega dumm wird Ja und wir sind bald da, würde ich sagen 5 Pillen und meine Pille pro Maschinenteig haben wir immer gut gebraucht Jetzt haben wir hier noch ein schönes UFC Campus Plan Ach du Scheiße Syphonest Okay 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 Jetzt mal schönes Licht anmachen Meine Freunde Können wir nicht weiter Ist das der einzige Weg Irgendwie Glaube ich Leider Gottes ist da irgendwie nur beißen zu müssen Oder irgendwas in der Richtung halt Wisst schon Bescheid Was ich meine Pillen, Pillen, Pillen Was haben wir hier drin Okay Schreiben Tagebuch eines Studenten Lesen 18.1. Neun Gottverdammt Die Monate gewartet und noch immer nichts Kein Wort von niemandem Ich habe im Speisesaal weitere Dosen mit Nahrungsmitteln gefunden Doch die reichen nicht lang Kleiner Vorfall Bei der Barrikade im Ostflur Aber immer noch alles sicher 31.1. Ich habe einen Blick auf eine herumsträumende Gruppe dieser Dinger geworfen Einer sah aus wie Hazel Vielleicht war es sogar Hazel Scheiße 10.2. Die Batterien gehen langsam aus Wir hören nur noch einmal pro Nacht Radio Das habe ich seit der letzten Übertragung aufgegeben Sie ist drei verfluchte Monate her Also weshalb die Mühe 25.2. Flurry hat gestern draußen gequalmt Sie sagte sie braucht das Sie war ziemlich angepisst Als ich ihren Vorrat wegschmiss Sie versteht es nicht Wir müssen einen klaren Kopf behalten Jemand muss in die Stadt und weitere Vorräte besorgen Wahrscheinlich werde ich das sein Werde ich das sein So so Wie lange ging das wohl gut? Also für das ist das so die Tür noch mal so mega langsam aufmachen Muss hier immer sein Und ehrlich So einmal die Kamera schütteln Naja Da wollte ich jetzt eigentlich nicht Dann wird die Schuhklade auch noch Teile und Mullige aber die ist leider schon voll 85 zu tun Machen wir mal ein Medipack Booh Go 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 Und dann benutzen wir gleich noch einen Hier drin, da sehe ich ja immer gar nichts, das ist schmutzloh, ich leide man kann das auch mitnehmen. Also easy hier eigentlich, da kann ich spawnen, aber wenn du das sagst, glaube ich das halt mal. Doch, das ist easy. Da sind sie die Weiße. Faktor-Gate-Vinum. Einer weniger? Hmm. Gibt der da rum, oder? Du scheiße. Fuck, fuck, fuck. Fick, 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 fick. Oh! 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 Junge, da war so ein fetter Wichser. Haha! Hat mal gut blickt. Gut, Glück gehabt! Firefly Anhänger. Joe waren noch der Scheiß jetzt an! feier ich glaube dass er noch viele lehret noch viele feierfleisch was zum teufel hoho was ist denn der Typ bei Eidwachsing hmmm komm mal hier rein ok klingeln, klingeln, klingeln ja Moni wenn ich flasse nur noch ein Flügel das ist auch als Vogel hmmm ja ok Moni 80 gut das ist echt heftig wie kaum kaum dunkel sind kaum Sporen am Start schon fang mein Herz hat zum Bruch sowieso wie es nur was echt heftig was ist das denn 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 komplett creepy wie her flasche braucht man nicht Und hier noch eine Tür, so ich bis jetzt hier immer nix mehr arbeite. Aber ich hoffe einfach, dass da keine Linsen sind. Das war wie echtes Problem. Wenn ich das jetzt umstoße. Aber es scheint, als ob hier nicht mehr so viel Sporen drin sind. Ja, hier sind gar keine mehr drin. Das finde ich doch gut. Infizierte, mir geht's gut. Ah, okay. Wir haben ja erstmal eine Taschenlampe aus. Dann schlägt er aus. Dann steht doch ein Generator. Komm, 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 komm. Jawohl. Dann steht doch einfach mit Schwung rein ins Kabel. Das gibt da nicht. Das war Dremion. Komm schon durch. Schönes Garagenturm. So. So, weiter geht's. Was? Waren das Fireflies? Nein. Nein, ich glaube nicht. Es waren Fireflies. Will nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Der Zimmer ist schon beim Spiegel, ne? Keine Wache. Kein gar nichts. Ja, langsam sollten wir jemanden treffen. Na, kommen wir rein. Jetzt sind wir noch hier. So. Ja, super. Das ist letztendlich. Alkohol konnte man mitnehmen. So, Schnicks. Geures. Der Zimmer开 który stattfindet,